Hund, du musst raus. Komm mit. Ui, alles noch dicht und bunkel. Ok, draußen ist es schon hell. Draßen scheint die Sonne. Raus mit dir. Erkunde die Welt. Und wir machen jetzt früchteck. Es wird unscharf. Das ist aber noch alles dicht, unordentlich und hässlich, aber egal. Ui, schön, 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 schön. Bald ist 20, 21. Ich habe früher aus Versehen schon gesagt 21, 21, weil man ja die ganze Zeit immer 20, 20 gesagt hat. Schaut mal nach, schön. So, Frühstück und Spülmaschine. Robert, komm mal mit. Ich habe eine Aufgabe für dich. Das habe ich vor, keine Sorge. Bist du schwer mit einer Hand? Oh Gott, wie viel wiegst du? Oh Gott. Du darfst hier den Flur anfangen und dich dann ins Schlafzimmer vorarbeiten. Wo ist mein Baby? Da bist du. Hi, da bist du ja. Oskar, Robert ist unterwegs. Das ist spannend. Da ist er unterwegs. Da machst du den Robert. Das ist spannend, gell? Spannend? Was ist jetzt das? Ich könnte mich nicht drehen. Ich sehe hier nur dein Auge. Nein, das sieht mich nicht. Okay, noch nicht. Ich bin nur eine Lappe. Kaffee! Kaffee! Hey du. Das ist noch nicht Schlafenszeit. Hey. Man sieht nichts. Okay, fail. Du da. Ja, was geht? Ich habe gar keine T-Shirts mehr, die mir gefallen. Wenn ich meine ursprüngliche Figur wieder habe, darf ich dann einmal richtig shoppen gehen. Dann darfst du einmal richtig shoppen gehen. Ja. Ja, ausgereist dafür. Cool. Mein Paket ist da, glaube ich. Oh! Steht zumindest da. Das ist da. Echt? Ja. Ich gehe es mal holen. Schaffst du das mit Baby? Oh, was ist das? Schubst mich nicht. Ich habe dich nicht geschubst. Bei mir war die Emi im Weg. Ein bisschen Schluck. Ein bisschen Schluck. Oh, kalt. Ist es da? Nein, es ist ja etwas anderes. Oh, oh nein. Es ist etwas anderes. Na toll. Emilio. Aber das waren doch noch keine 8 Stops, oder? Das heißt, es kommt doch noch gleich. Ach so, das kann ja nicht sein. Kommt bestimmt gleich. Aber das ist auch cool. Ja. So. Ah. Irgendwie lustig. Zwei Welten. Ich glaube, da ist es. Ja. Dankeschön. Bitte schön. Sehr gut. Leo, du bist ein bisschen zu spät. Das Paket ist schon da. Haha. Genau. Super. Für mein Pinzi. Pack es mal aus. Ja. Ich packe dabei die Wickeltasche fertig. So. Das muss jetzt irgendwie in die Wickeltasche. Das ist Oskars Spieldecke. Aber ich weiß nicht wie. Es passt nicht rein. Ha. Doch reingekriegt. Sehr gut. Zumachen. Ja. War es schon. Gut. Tada. Oh, geil. Ein Kühler. Ein Kühler. Cool. Ganz toll, oder? Der findet es nicht so gut. Nein. Oskar. Hast du dich hübsch gemacht für deine Omi und deine Ur-Omi? Hm? Ja. Ein Hemdchen. So. Sieht man es? Sieht man es? Ein Hemdchen. Ja. So ein schönes Hemd. Ja. Weißt du, was mir da einfällt? Wir haben noch gar kein Spielzeug für dich. Lass uns mal in deine Spiele-Ecke gehen. Und schauen, was wir mitnehmen. Okay. Deine Lieblingssachen sind nicht da. Wo sind die? Oh, nicht da. Wo sind deine Lieblingssachen? Ah. Hier ist dein Ring. Den magst du. Dein Lieblingsring. Und deine Kugel. Und deine Kugel. Der ist es gut. Der Plastikring zum draufkauen. Und die Kugel zum greifen. Das nehmen wir mit. Das tun wir mal in deine Wickeltasche rein. Ja. Das willst du jetzt natürlich haben, gell? Schon klar. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So. So. Jetzt fahren wir Umi und Ur-Umi besuchen. So scheiße aus. Volles Programm heute. Kleine ist tot müde und ist sofort eingeschlafen. Aber eine schlechte Nachricht hast du. Ah ja. Genau. Wir haben ja jetzt den Lüfter ausgetauscht und irgendwie schaltet sich der PC ab. Das ist scheiße. Viel Spaß beim Suchen, was das Problem ist. Ja. Erstens das und was das wieder kosten wird. So. Ich bin kleiner geworden. Wir gehen spazieren. Bei Umi und Umi. So stand es aus. Let's go. So. Wir sind bei Umi. Es war so schön draußen. Es war so schön draußen. Es war so schön draußen. Und da ist schon seine Spieldecke. Genau. Auf Uromas Teppich Teppich. Da wird jetzt auch ein bisschen gespielt. Ja. Der kleine Oskar. Ich pflanze einfach hier hin. Magst du spielen Oskar? Hm? Und hui. Jetzt kommen wahrscheinlich welche Beschwerde. Na dann. Viel Spaß. Viel Spaß. Ich krieg Hunger. Okay. Was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Omi hat vielleicht was. Omi hat vielleicht was? Die hat bestimmt was. Die hat immer was Gutes, gell? Die hat was zu essen. Wir finden schon was. Ich will auch ein bisschen was. Bring mir was mit. Okay. Soll ich einfach gucken? Na nicht die U-Oma, die Oma. Ach, die Oma. Ja, das ist echt verwirrend. Das wird echt noch schwierig. Ja. Soll ich einfach gucken? Okay. Mal gucken, ob wir was finden. Jum 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 Jum.